Ja, ist das steil? Links vorbei, wer bringt's? Holy shit! Wunderschönen guten Morgen. Schön sind ihr wieder mit dabei zu einem neuen Video. Das Jahr ist bald fertig. Es ist der 1. Advent heute. Man glaubt es fast nicht. Ich habe heute mit Darren, Christoph und Gianmarco abgemacht. Wir werden den Bachtel fahren. Der Bachtel ist hier oben. Ich bin heute mit dem Track Slash unterwegs. Die anderen werden mit dem E-Bike kommen. Aber wenn es dann nicht mehr geht, das Seil habe ich dabei. Könntet ihr mich noch hochziehen. Und ich würde sagen, bleibt dabei. Peace! Abpiel-Challenge gemeistert. Hört auf dem Top. Gianmarco auch hier. CKLMTB auch hier. Darren auf den Start. So, wir gehen auf den Turm hoch. Christoph bleibt unten. Er hat es nicht so mit der Höhe. Oh, wie geil. Zürichsee, Rappi. Rappi und andere kleine Käffchen. Und der Christoph ganz weit unten wie eine Ameise. Da. Ja genau. Jetzt spielen wir jetzt an den Schnee. Zurichsee, Lientebene. Dann gehen wir Richtung Mini. Region Chur 4. Centis. Altmann. Und Richtung Appenzellerland. So viel zur Geografie. Feuer frei! Zuerst ein bisschen eine Besichtigungstour. Ich kenne den Tränen. Bei Abstand. Ja, ist das steil. Links vorbei, wer weiß du, gell? Stefan. Holy shit. Haha. Holy shit. Haha. 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 In a sack. Haha. Ah, das ist ein Wurfler. Haha. Okay, this section looks pretty nasty. I promise you, the line is just straight down the hill. Nice and you. No. No, no. We can't do it. No, we can't do it. No, we can't do it. No, no. Ah, sehr geil Stückchen Das ist geil, ja Trail Taxi Darren Zucht mir hier den Hang hoch So, zweite Runde Aber heute ist mein Tempo nicht wahnsinnig hoch Ich kann die Trails immer noch nicht Obwohl ich auch schon runtergefahren bin Ich brauche bei mir ein wenig mehr Hallo Der hat da immer macht Chicken Line Oh, meine Hände Oh, yes. Das war's für heute. Das ist ein kleiner Gap Das ist ein kleiner Gap Das ist ein kleiner Gap Durch streamlined Das ist ein kleiner Gap Das ist ein kleiner Gap Oh! Wow! Oh! Whoa! D § D o f coal Coycz verdammt 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 ja geil so das war es vom Bachtel Abenteuer danke Christoph, Darren und Gianmarco das war mega cool für mich noch absolut wie soll ich sagen Neuland dementsprechend war auch die Geschwindigkeit relativ tief aber es hat mega Spass gemacht wenn euch das Video gefallen hat Daumen hoch kommentiert etwas cooles und abonnieren nicht vergessen Peace out